Seid ihr auf dem Weg zum Friedhof? Der Anzug passt. Oho, da kommt ja noch einer. Auch in schwarz. Hm, traurige Sache. Aber die Krawatte ist lustig. Wer seid ihr denn? Die Band? Fröhliches Beileid. Aber das falsche Begräbnis. Besser ihr beiden verpisst euch. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Ja! 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 Was will der? Keine Ahnung. Ich kann ihn nicht verstehen. Halt doch vorne mal an! Alles klar. Schau dir den an. So die Kiste sieht man nicht alle dran. Muss nicht mein Glückstag sein. Den muss ich mir genauer hin. Sehen wir erst mal, was der überhaupt will. Eine Pause ist gerade zu sehen. Vielleicht gefallen ihm unsere Mundschilder. Was? Dann zieh doch hin. Was? 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 Was?